und dies ich habe und die weisheit nach durch schweißen noch mehr scheiß hast du aber kein kack hier das ist nämlich ich mich gerade fragt die frage ist man im templar versteckt vielleicht die startung im forten hat und dass ich die einfach nicht gesehen habe ist natürlich sehr doof wäre ja 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 auf akzept mit ihren so machen wir die präsentiven Du hast ein ganzes Geld liegen hier, erst mal geklaut, erst mal blöd, erst mal blöd nach dem Typen. Sind ja schon eine Hütte-Präuser auf jeden Fall. Die Tür sind nicht gerade genau da, wo wir gerade waren, oder gerade hier bin ich genau da, wo wir jetzt gerade waren. Sind wir aber nicht. Ja, das könnte so einfach sein. Ist es aber nicht. Besser. Arschloch. Heute bin ich wach... Die Fresse. Ah, die Mälder. Was? Ein Vergnügen, Herr. Kommt bald wieder. Ah. Diese Absteige hier glaube ich nämlich nicht. Das glaube ich natürlich nicht. Baba. Aber was haben wir jetzt genau dadurch noch nicht geschafft? Dadurch, dass wir jetzt die ganzen Codex-Seiten alle mühselig wohlgemerkt haben. Das hat ja auch schon lange gedauert, dass wir es alle gekriegt haben. Ist eine scheiße Erinnerung freigeschaltet oder so, oder? Ist aber ganz ehrlich, Junge, Alter. Na gut, klar, Erinnerung. Hey. Aber trotzdem. Ich mag teuer sein. Aber meine Wahl... Jetzt hab ich mir den einen markiert und wir haben uns auf den anderen gelaufen. Sehr gut, Hens. Sehr gut. Ich will mal sagen, du konntest eine richtig gute Reiseführer sein, ne? Warte, nein, das voll... Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Die hält ich da nicht hin. Abweil ich die schon, aber nicht genau in die Ecke, vor mir niedlich. Aber hier sehen wir jetzt, weil der auch wieder reisen muss, ne, bei den Vorhunden? Äh, wobei, so weit ist das gar nicht, wenn ich. So verteilen haben muss es doch nicht. Das wird uns ein bisschen mehr vertan. Ja. Beziehungsweise, das ist mir, also, beziehungsweise ich, Alter. Oh, doch. Digga, Armer. Dann blicke ich immer überladen. Darf ich? Danke. Das ist halt sehr stolzlich freundlich, zumindest. Das ist ja echter Mann. Ich bin ja schon so... ...bewertigt. Kommt, kommt, seid nicht schüchtern. Das ist halt nicht schüchtern. Ich möchte nicht mehr als Gehner, wenn er es geboren ist. What? Gut. 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 Das ist mein Sein. Das ist verarschen. Scheiße Mutter darf ich sein, Alter. Jetzt gib mir ihr Verheirat. Hallo. Scheiße Opfer. So, hier lang ist das nix, ne? Richtig. Ja, ja. Hier rein. Ja, Pull-Alarm. Hehe. Yes. 200 Meter. What the fuck? What the fuck? So richtig, oder nicht? Bin ich gerade vollkommen. Was hab ich denn so groß? Ach, ich hab so ein falsches Ding markiert. Ich muss schon sagen, es war ein Meter weitig das Öl. Was? Onkel Mario? Wo bringen sie es hin? Kurierverfolgen? Ach nö, das mag ich ja gar nicht. Ich hab mal Scheiß-Kurierverfolgen. Oh. Mario, wo hast du leid? Die Klasse. Was ist denn wirklich Opfer? Alter, ist ja ganz schön schnell. Kleine Jogalbock. Kleine Blöckchen. Da war das ein kostenlos. Ja, der mit die Tinko ans Elle. Die Klasse. Ja, ja. Ne, 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 ne... Ne, ne, ne... Ne, ne, ne... Ja, was denn ich kann was tun? Nein, echt. Gönnt ihm eine Flasche, weibt das Herz am Rechen. Hat euch mein Lied nicht gefallen, Signore? Seid die Hilfe brauchen, sind hier willkommen. Ich bin ein beschissener Song. Der Händler Medanthor aus Zampono wurde wegen des Verrats gegen die Erlaubnis der Rezeption. Und wenn wir in den Weinen unterhalten, dann wird die Händler mit den harten Städten der Piratenküste wieder geöffnet werden. Eine Vereinbarung, die euren Schutz garantiert, wurde mit dem B unterzeichnet. Die Händler, die Ich habe auch Überhang aus dem Lager der Schnee meines Bruders und so sehr hart verkehrt. Das heißt nicht mal, wenn er irgendwo nicht hochkommt. Wurde aber, dass er immer hochkommt. Ja. Bevor irgendwas sagt oder so, wenn er vor Eier geht, muss er halt sterben, ne? Schenk dir noch eine Flasche Wein. Er will auch ein Fiskopf sein. Na, wo wird's denn hin, kleiner Wichser? Ich muss dir ja alles lassen, ja? Ich bin ja viel für die übrig, ne? Aber hartnäckig sind's auf jeden Fall. Da ist Berichte über einen Ausbruch der Pestdorf. Ja, fuck. Ich wollte da gerade hingesetzt, Alter. Fick die Hände, Alter. Ohne Witz. Fick'n, Alter. Es gibt keinen Grund hier oben zu sein, denn ihr hier bleibt, muss ich... Es gibt keinen Grund hier oben zu sein, denn ihr hier bleibt, muss ich... Amore, amore, amore. Auf befehl des Dogen sind außer Brieftausen. Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Wohl irgendwo der Wand da... Hm, hm. Schon der nächste Pfeifenkopf, ey. Na, verpiss dich, du Hafensänger, Alter. Wot de fack? Hm, 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 hm. Ich bin in der Lage in den Weg verkündet, dass alle Vogel, die ihre Lagerkette vergrößern wollen, zunächst Planungserlaubnis einholen müssen. Vor keinem ist er wie in St. Paul, unseren Vermitteln, und zum Widerhandladen ist er nicht schlecht. Oh, Contare! Ja. Also ungefähr war es schon richtig. So ungefähr, mehr oder weniger. Alter, wo willst du denn hin? Heilerdienste für die Schäfchen des Herrn. Der Maestro wartet. Er wird keine Fehler dulden. Verpackt ist gut. Tut es jetzt. Der Spanier ist hier? Das ändert die Sache. Wenn ich diese Gruppe infiltrieren kann, den Platz des Kuriers einnehme, werden sie mich direkt zu diesem Bastard führen. Oh, der muss spät dran sein. Oh, süß. Gott sei Dank, ja. Ich kann mich nicht lesen. Ja, wahrscheinlich entdeckt, Alter. Meine Freunde, ich habe frischen Schafsurin- und Rosmarin-Packungen gegen eure Hühner aus. Ich glaube, ihr verwechselt. Ich glaube, ihr verwechselt. Ich glaube, ihr verwechselt. Ja, wahrscheinlich, Alter. Ja, wahrscheinlich, Alter. Wow, das war eine richtig gute, äh, gute Sonne. Echt super. Und ich habe auf jeden Fall jeden Pfennig hatte halt echt gelohnt, ey. Was für dämliche Pissköpfkackpisschen-Penis, Alter. Wer braucht einen Adalas? Ausglöchern. Verbotene Zone für dich. Ja, Mutter ist eine verbotene Zone für dich. Nö. Ich habe mit viel Glück neue Lieferanten, komm mal her. All meine Ersparnisse an meine Hochbeerbung gemacht. Für euch.